Die Adventszeit steht wieder vor der Tür. Es ist die Zeit der besinnlichen Vorweihnachtszeit mit duftenden, selbstgebackenen Plätzchen. In vielen Familien wird der selbst gebastelte Adventskalender aufgestellt. Denn ursprünglich war es in früherer Zeit Brauch, einen Adventskalender mit 24 Türchen zu basteln. Nicht nur für die Kleinen, nein, auch für die Großen. Dieser Kalender wird mit viel Freude verschenkt. Hast auch du einen gebastelt? Aber es fehlt dir noch für ein Türchen ein ganz besonderes Füllgeschenk? Ich hab's. Wie wäre es, wenn du hinter diesem Türchen einen Gutschein versteckst? Einen besonderen Gutschein von Deria. Das wäre doch mal etwas ganz anderes. Stimmt's? Hm, und jetzt weißt du nicht, wie du diesen Gutschein erwerben kannst? Ganz einfach. Schau dir bitte das Video an vom 20. November 2017. Da beschreibe ich ausführlich, wie und was für Möglichkeiten du hast, einen Geschenkgutschein von Deria zu kaufen. So, und nun, nun zünde ich mit euch das erste Adventslicht an. Und ich wünsche euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Mit lichtvollem Gruß, eure Deria. Und da, du lieber Bericht! Und da, du lieber auf denandi ganzenoleoten zu hören. Danke, du lieberberst death B with mich. Und da, du lieber auf ihn schmecken. So, wenn du lieber. Vielen Dank.